Mein erstes Länderspiel war gegen Holland. Ein sehr emotionales Spiel für mich, weil meine Mutter auch von Holland kommt. Auf der einen Seite war es für mich natürlich ein optimales Start mit dem Goal. Aber wir haben uns nicht qualifiziert und schlussendlich geht es um das, um das Kollektiv. Wir waren alle mega traurig. Es wird immer einen speziellen Platz in meinem Herzen haben, weil ich vor meiner Familie das Goal schiessen durfte, mit meiner besten Kollegin teilen, eigentlich gegen mein Mutterland ein Goal schiessen. Auf ganz verschiedenen Aspekten war das Spiel speziell für mich. Und jetzt kurz hier ein bisschen nach Hause zu verleten, mit meiner Mutter und mir ging um das Spiel speziell für mich. Und jetzt noch einmal das Spiel speziell für mich, mit meiner Mutter und mir schüttelten der Beiträge. Wir haben uns nicht wirklich anhandel. Aber wir haben uns nicht viel überlegen. Vielen Dank.